Liebes Tagebuch, aufgrund der Isolation in meinem Zimmer und meiner steigenden Langeweile habe ich mich nun hierzu entschlossen, ein Video für Let's Go zu drehen, was ich schon seit langer Zeit nicht mehr ge... Okay, kannst du bitte chillen, so schnell kann ich nicht schreiben. Sorry. Macht geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Ich labere gar nicht lange rum, weil es ist ein total randomes, da wurde noch nie viel rumgelabert. Und ja, Entschuldigung, ich muss mich erst wieder eingewöhnen, doch ist das Video etwas kürzer als die normalen Videos, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt und ich würde damit sagen, ich höre auch schon wieder aufzulabern und viel Spaß, let's go und so halt auch mein Kanal. imser Musik 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 Kennt ihr das auch wenn ihr im Bart vom Spiegel die Augen zumacht? und dann das Gefühl hat, als würde jemand hindurchstehen? Können Sie das lesen? Kennt ihr diese Leute, die es irgendwie schaffen, dass während sie schlafen, dass sie süß dabei aussehen? Ich spreche von so etwas. Und dann gibt es noch mich. Ich schlafe nicht. Manchmal frage ich mich ja wirklich, was das Monster unter meinem Bett denkt, wenn ich versuche einzuschlafen. Nicht bequem. Wir müssen jetzt zu Hause bleiben und sollten nicht mehr raus, ist klar. Ich bitte euch, haltet euch dran. Geht drin und doch zusammen werden wir's schaffen. Und dann all die Leute, die arbeiten selbst heute. Ärzte, Supermärkte und Helfer auch. Die da draußen schuften und nicht einfach verduften. Vielen Dank an alle von euch. Bernd haben wir's mir vor.